Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute gucke ich mir ein Kfz an für meine Freundin. Das wird aber eine Überraschung. Also ich weiß nicht wie viele Autos ich mir angucken werde, bis ich endlich mal eins finde. Zur Auswahl stehen E39, E46, Audi TT, 8N und Minis. Wir werden uns ein paar Kfz anschauen oder vielleicht auch nicht ein paar Kfz anschauen und nur eins anschauen und das dann kaufen. Aber das werden wir sehen. Wir gucken uns heute einen Audi TT 8N an. Der hat allerdings ein paar Probleme. Leute, wir sind angekommen. Hier ist der Wagen. Audi TT 8N und auch wieder mit Gasanlage. Über die Verlierung lässt sich streiten, aber die kann man ja wieder runter machen. Sieht ganz gut aus jetzt hier von innen. Das Auto ein Problem mit dem Thermostat bzw. das werde ich gleich nochmal fragen, was damit jetzt genau los ist, weil der Wagen immer wieder die Beldungen gegeben hat, dass er zu heiß wird. Wir werden jetzt gleich mal ein bisschen Probe fahren und mal schauen, ob das jetzt nochmal auftritt. Das Problem war ja Thermostat usw. schon getauscht. Ich weiß jetzt halt nur nicht, woran es genau liegt. Mal gucken, was man hier noch machen kann und dann let's go. Ich habe das Auto jetzt gekauft. Ich hole das übernächste Woche ab. Das ist fünf Stunden auch wieder entfernt von uns. Vor allem jetzt noch kurz vom Wörthersee. Da wird schon wieder absolut hässlich. wirklich hässlich. Aber so ist das. Ich zeige euch da noch mehr über das Auto und dann bin ich sehr gespannt, was meine Freundin dazu sagen wird. Und die Folie muss halt auch noch runter. Die finde ich halt nicht so geil. Und dann geht es vielleicht da auch noch los mit Tuning usw. Aber es wird sehr wild auf der Straße von Deutschland. Leute, what's poppin? Eine Woche später circa. Ich bin wieder auf dem Weg zum TT. Leute, das war heute schon wieder kompletter Abfuck. Wir sind ja jetzt super spät losgefahren, 18 Uhr aus. Und das ist ja da unten in der Ecke FFM. Und das ist dann fünf Stunden von hier aus. War komplett verkrackt. Weil jeder abgesagt hat. Ich hatte da die Leute, die eigentlich geplant waren, konnte nicht. Also beziehungsweise bei einem wusste ich dann schon. Da habe ich mir noch einen Notfallplan gemacht. Mein Notfallplan hat mir auch abgesagt. Dann habe ich noch jemanden angerufen. Der konnte erst, hat dann aber auch abgesagt. Und nun bin ich mit meinem guten alten Kollegen Nick unterwegs, der jetzt glücklicherweise noch Zeit hatte. Leute, heute ein bisschen im Zeitdruck gewesen. Deswegen sehr abgeschissen. Hier ist das Kfz. Man sieht natürlich gar nichts. Ich habe euch das ja schon mal gezeigt. Wir werden jetzt uns noch etwas zu essen holen und dann weiter. Es ist nämlich schon 2.14 Uhr und wir sollten 6 Uhr ankommen. Dass ich mal in einem Audi sitze, hätte ich nie gedacht. Vor allem, dass ich mal einen kaufe, hätte ich nie gedacht. Es ist einfach fast 8 Uhr. Aber ich habe das Auto jetzt nochmal geputzt. Ich werde jetzt noch die Räder draufstecken und das in der Halle platzieren, damit meine Freundin das morgen angucken kann. Ich werde sie dann einfach überraschen. Zum Auto nochmal. Es ist ein TT 8N 1 8T. Nicht Quattro von Antrieb. Ein paar Baustellen hat er tatsächlich noch. Das ist ein bisschen scheiße hier unter der Folie. Hier fängt an zu gammeln. Das korrodiert. Da unten rostet der Schweller ein bisschen. Was ich jetzt auch gesehen habe beim Autowaschen gerade. Hier hinter gammelt es auch. Hier hinten unter der Heckklappe gammelt es ein bisschen. Wenn nicht, ich werde mir den gleich noch mal von unten angucken, wenn ich jetzt auf der Bühne drauf habe. Folie ist halt, kommt runter. Ist halt nicht mein Geschmack. Wahrscheinlich auch nicht ihrer Geschmack. Innenraum sieht dafür noch ganz gut aus. Klima ist ein bisschen feucht. Sonst verschluckt er sich manchmal so zwischen 3.000 und 4.000 Umdrehungen. Kann an der Gasanlage liegen. Muss es nicht. Muss ich nochmal nachschauen, ob vielleicht Injektoren oder Filter zu sind. Aber ansonsten macht er einen ganz guten Eindruck. Bremsen sind auf jeden Fall neu. Das Service muss ich mal gucken. Alles was das Service angeht, mache ich jetzt eh nochmal Getriebeöl, Motoröl und so weiter. Scheibenwärter muss man mal aufpolieren. Xenon-Brenner müssen auch mal neu. Ich werde das jetzt erstmal machen hier mit den Rädern. Bin ich sehr gespannt, was meine Freundin morgen sagt. Let's go. Hier sind übrigens die Sommerräder. Leider habe ich vorhin auch nicht so richtig geguckt. Die Felge ist auf jeden Fall ein bisschen trashed. Kann sein, dass wir die mal neu holen müssen, weil hier ist halt ultra viel aufgeschweißt. Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Da muss man übelst mit über dem Bordstein geballert worden sein, weil das halt echt krass, was hier passiert ist. Das hätte ich nochmal nachverhandelt. Mäßig. Aber gut, für zwei Scheine kann man jetzt eigentlich auch nicht rummeckern bei diesem Kfz. Ich hole das jetzt hier rein, baue die Räder drauf. Let's go. Hier unten sieht eigentlich alles noch ganz in Ordnung aus. Gewinde ist auf jeden Fall nicht mehr vorhanden. Ist bisschen, bisschen gammelig, aber auch jetzt nicht dolle. Geht auch noch. Öl hält sich auch in Grenzen. Ist jetzt nicht viel. Hier sieht auch alles okay aus. Also im Grunde genommen kann man das schon machen. Die Räder sind auf jeden Fall viel besser. Ich habe gerade auch noch gecheckt, die Eingangswelle bzw. das Lager von der Eingangswelle vom Getriebe entweder Arsch ist oder das Ausdrücklager. Das macht jetzt ein bisschen Geräusche. Aber gut, ey, wie gesagt, für den Preis. Leute, sie weiß von nichts. Das ist so fangig, Leute. Let's go. Sie sind mal kurz auf die Toilette gegangen hier bei Aral vor unserer Werkstatt. Ich bin so gespannt auf die Reaction. Das wird richtig wild. Leute, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich bin aufgeregt. Warum soll ich da eigentlich aufmachen? Ist das bescheuert? Ist das bescheuert? Ist das bescheuert? Baby, gib mir dein Scheiß hier. Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Jetzt. Überraschung, Baby. Das ist dein Auto. Was? Baby, was? Ich lebe dich, mein Scheiß. Oh mein Gott. Das ist wie du. Leg mich auf. Baby. 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 Ich habe da ein bisschen Papier hingelegt. Ja. Weil wir wegen drauf treten und so. Ich meine, die Fossierung ist gewöhnungsbedürftig. Das ist alles einzeln. Das müssen wir alles abhubeln. Das ist das Radio runter. Die geht nicht an. Ach so, die Fensterheber sind ein bisschen hässlich. Die sind genau hier hinter. Ach so, dann muss ich mal gucken, wie ich das mache. Eigentlich musst du nur gerade zurückfahren. Ich habe, als wir auf dem Rückweg von Stuttgart waren, da lag das auf dem Weg. Ich habe zu Theo gesagt, komm, lass uns mal den kleinen Umweg noch fahren. Ich will mir das Auto angucken. Ich habe eigentlich gar nicht gedacht, dass ich das kaufe. Aber dann dachte ich mir, oh, der Preis ist gut. Und das passt eigentlich alles. Und dann habe ich den gekauft. Willst du rauskommen? Ich zeig dir das. Das ist schon cool. Das ist mein Gott. Ich habe den besten Mann von Deva. Jetzt weißt du warum, ja? Ja. Nächster Tag. Meine Freundin wieder an ihrem Auto. Und baut Sachen ab. Und die Folie weg. Hier ist der Folie jetzt schon überall ab. Man sieht das ja gut. Und dabei wurden auch noch einige oder andere Ekelhaftigkeiten am Kfz-Set entdeckt. Aber nicht so super schlimm. Ist noch im Rahmen. Das war es jetzt erst mal vom TT. Wir werden dann weitermachen, wenn wir vom ganzen Stuff zurück sind. Wörthersee, Kroatien und Sputnik Springberg. Danach geht es weiter mit dem RX8, mit dem TT meiner Freundin und mit meinem United Genesis. Seid gespannt, was noch alles folgt. Ganz wilde Zeit jetzt auf jeden Fall. Bleibt erst auf den Straßen von Deutschland. Wir sehen uns im nächsten Video. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.